Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand der erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Bildung ist der Schlüssel. Und die konzernunabhängigen Medien sind die Boote, in die wir umsteigen müssen, um diese Titanic-Demokratie lebend zu verlassen. Lassen wir diese Boote gemeinsam zu Wasser und überlassen wir diese Regierung ihrem Champagner. Das fehlende Eis erwartet diese Truppe dann in offener See. Hulk!